Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Doom 4 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. So, mal schauen. Hier geht's weiter. Das geht ja gut los. Das sieht ja lecker aus. Da machen wir doch glatt weg mal ein Foto. Oh, dann geht sogar mal kurz das Bild weg. Äh, Ruhe. Jetzt, ich wäre was gebastelt. Was ist das? Was haben wir da? Was haben wir da? Raketenwerfer? Raketenwerfer! Da lagen, glaube ich, schon Munitionen für rum. Raketenwerfer. Diese Waffe hat seit ihrer Entwicklung im späten 21. Jahrhundert nur wenig Änderungen erfahren. Aufgrund ihrer einzigartigen Wirkung und ihrem Wirkungsradius gehört sie in allen Armeen zu den am weitesten verbreiteten schweren Waffen. Die UAC verbessert das Design leicht durch das Entzufügen eines automatischen Schnellladesystems. Wir bleiben aber erstmal. Da haben wir am meisten Muni bei der Waffe. Bleib hin. 4. Ich kann nicht hier was machen. Station. Gesperrt. Äh. Hier geht's weiter. Oh. Auf auf die Kiste. Oh, schade. Oh, Entschuldigung Vorsichtig, vorsichtig Hörst du auf damit? Warte, jetzt komm ich dir aber mal hin Ach, das ist ein Dicker Seh ich dir jetzt erst Mit dem letzten Schuss Hahaha, du bist jetzt unten und ich bin oben Und jetzt bist du tot Äh, ja Die haben wir Hier wäre noch ein Fass gewesen Hier komm ich nicht rüber, ne? Doch, hier komm ich rüber Ein Waffenmord Bleib hier, bleibst du Arschloch Der haut ab, habt ihr das gesehen? Was machen die denn da? Ich geh erstmal hier gucken Ja, das war auch gut so Guck mal, was wir hier finden Der hatte nix Munition Ich mag das immer so noch am liebsten Weil das Muni bringt Oh, oh, oh Habt ihr gesehen? Die gehen hoch Oh, das war keine gute Idee Es regnet, Leichenteile Ah, hier ist wieder so ein Ding Keine Ahnung Keine Ahnung, was das war Jedenfalls Ich hab das Nest gesehen Na klar Wir gucken mal hier Hier ist der nächste Raum Das ist denn blöd Die drehen die sich weg So hab ich das Gefühl Zumindest Hier ist was zum Ich hab wieder keinen Jetzt Hallo Tab Vega ist ein Akronom Dessen Bedeutung Weder von Hayden Oder Hayden Noch von der US Aufgeklärt wurde Nachdem ein Name gefunden war Wurde entschieden Dass die KI Eine Persönlichkeit benötigte Um die Interaktion mit ihr Angenehmer zu gestalten Und das ist die Stimme von Deter Wenn Wer Star Trek mag Sege 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 Von da kommen wir, ne Hier ist wieder ein Fahrzeug Da brauche ich eine Dämonenpräsenz Also dieses Ding muss weg Was ist denn da los Da ist ein Schild aufgebaut Guckt euch das mal an So wir schauen nochmal Ich will mal gucken Dass ich noch ein bisschen Muni hab So das sieht alles gut aus Was ist hier Hier ist doch auch wieder wer Da war noch einer hinter mir Kann ich auch hauen Guck Das Kann ich gut Ah Ein Waffenpunkt erhalten Warum kann ich das nicht Neben mir Das geht jetzt nicht Schade Na gut Ein Waffenpunkt Ein Waffenpunkt Ein Waffenpunkt Nützt mir aber gar nichts Äh Hier mal gucken Herausforderung Platz 2 Platz 3 Gesperrt Ach das waren die Dinger Drei Punkte Ein Punkt Descannen Ausrüstung Verstärkereffektivität Geschicklichkeit Vielleicht ist das gut Oder auch nicht So Ähm Äh Ich hab nicht Tab gedrückt Guck mal Ich komm hier nicht ran Ach das ist Strom Das war Energie Ich hab volle Energie Ich dachte das wäre Sowas hier Das tun wir doch gern Jetzt werden wir uns mal um die Rüstung kümmern Jawohl Rüstung Ein bisschen mehr Rüstung Oh Hier war ich Nein Hier ist auch nichts Ich denk mal damit hab ich den Traum hier abgegrast Hier können wir noch ein bisschen schauen Hier ist noch ne Kiste Da gibt's was Munition Munition ist sehr schön Jetzt ist die Schotflinte auch wieder voll Die auch Die auch Dann bleiben wir mal bei der Erstmal Ich geh noch ein bisschen schauen Hier sind Fässer Das ist alles gut Hab ich alles gesehen Aber erstmal Hier sind auch Fässer Hier war ich Hier war ich Hier hab ich die Dings gefunden Okay Auf geht's Raus das Ding Oh ein Dicke Wo ist sie Au Was tust du Hör auf damit Wo bist du Ah scheiße zu weh Der war schon weg Ich krieg dich Jetzt hab ich dich So jetzt sind die anderen dran Das Fuß voll Oh noch einer Oh noch einer Hätte ich mir ja auch denken können 78 hab ich noch Oh Ging ja alles maximal daneben Oh Zu spät reagiert So Die Waffe legt sich nicht auf Habe ich Brandmunition ausgewählt Wo ist er Jetzt aber Jetzt aber Ah alles klar So den haben wir auch Da ist noch einer Der damit So So das hätten wir doch Dann wieder erledigt Aber dieses Olle Schutzding Ist immer noch nicht weg Das hätte ich jetzt Eigentlich erwartet Aber das hat glaube ich Gar nichts zu sagen Hier Okay Hier waren wir doch drinnen Ja hier waren wir Jetzt ist hier auch auf Gut Was ist das Achso Doch Wenn denn will ich die haben Gut Hier wird das was Hier komm ich nicht hin Aber hier Das ist zu Ah Geduld Kann ich nicht weghauen Hier ist was Das ist die Die Säge Immer noch Hier geht es auf keinen Fall Weiter Das ist nur ein Fahrstuhl Dann gehen wir mal hier durch Vielleicht sehe ich denn hier Wie es weiter geht Hier ist noch irgendwo wer Aber da komm ich nicht hoch Von da kommen wir Ach guck mal was da ist Wie komm ich da hin Hier kann ich hier was machen Nein Hier waren wir Okay Gut Dann gehen wir erstmal Uns hier wieder umschauen Ist hier nix Ah hier Das Raketen Raketenwerfer habe ich ja auch Auf welchen Slot sitzt der eigentlich Auf fünf Ah die ist leer Die sollte ich mal aufheben Was ist das hier Hier kommen wir wieder raus Hier ist was zum kaputt machen Ich habe einen Waffenpunkt Gut Ah Komm ich da hoch Eine Huhnenherausforderung Zerstöre mit der Pistole 30 Fässer Bevor die Zeit Abgelaufen ist Ach du Scheiße 30 Fässer Benebelt und verwirrt Oh das bin ich öfter Also benebelt Nee verwirrt 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 Das gebe ich zu Prüfung starten Das gebe ich zu Fässer! Keine Fässer mehr! Da! Ah, ah, scheiße. Scheiße. 29. Ah, das eine habe ich übersehen. Das machen wir nochmal. Das schaffen wir! Unten. Ich muss erst unten, unten, unten. Ah. Hoffentlich habe ich das da unten jetzt erwischt. Das letzte Fass, da hinten. Hm, wo ist denn das? Oh, ich bin gestorben. Wenig Gesundheit. Ja, ich sage ja, ich bin verwirrt. Das ist da unten unter der Treppe. Ich mache das so lange, bis ich das schaffe. Ja, komm. Prüfung starten. Unter der Treppe. Unter der Treppe. Ich weiß, dass das fast da unten noch ist. Fehlt wieder eins. Boah. Ich glaube, das war knapp. Geschafft. Jetzt haben wir wieder so einen Runen-Dingen. Interessant. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Schneller. Ich will weiterspielen. Bin gierig. Weiterspielen. Hallo. Weiterspielen. So, jetzt haben wir einen Runenplatz. Drücken wir mal auf Tab. Der ist gesperrt. Verbesserung. Nimm 300 hinterlassene Gegenstände auf. Ich glaube, den muss ich sparen. Ich habe hier zwei Waffenpunkte. Da geht noch gar nichts. Geht hier was? Hier geht auch noch nichts. Aber hier geht was? Fünf. Und geht hier was mit zwei Punkten? Nein. Ihr auch nicht. Auflade. Effizient. Verkürzlich um das Aufgeladene. Naja, gut. Dann machen wir das mal. Die brauchen wir dann doch ab und zu mal. Ja. Ach so. Hier kann ich. Benibelt und verwirrt. Verlängert die Benommenheit von Dämonen. Ja, das ist gut. Also immer gucken. Das hilft. Hier sind noch so ein paar Sachen. Höllenschinder. Ach, das sind die. Nein. Wo ist denn der Typ? Tutorials? Runen. Ja, das haben wir. Dann haben wir... Nein. Kampfverwertung. Nein. So, jetzt habe ich aber alles. Geh weg. Weiter. Wir müssen weitermachen. Ach so, ich kann hier wieder runter. In 41 Meter. Drücke E. Hör auf. Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Achtung. Energie. Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Tja, aber so richtig was bringen tut sie nicht. Wenn ich das hier so sehe, was sie für Blödsinn anrichtet. Ach, guck mal, was hier wieder los ist. Waren das jetzt alle? Sieht so aus, ne? Komm, das schaffen wir noch. Ich muss natürlich treffen. Da ist ein Dicke. Wusste ich's doch. Nix. Ohne Dicken geht gar nix. So. Jetzt haben wir die. Rollfettel. Oh. Oh, ich nehm Platz. Mach mal Platz hier. Ich nehm Platz, ja. Ich brauch Platz, wollte ich sagen. Oh. Den haben wir. Wer mit deinem Strom. Ich wollte deinen Strom. erschossen. So, das war's. Ah, ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht drücken. Wo muss ich hin? Hier irgendwo. Ne, da komm ich nicht hoch. Hier geht's noch weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gespeichert hat. Ja, Tanz, Baby. Tanz. Na gut. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich verstecke mich mal hier so ein bisschen wie bei Alien. Und am Pult. Und dann schauen wir mal. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.